Ja, Herr Dr. Neuwirth, jetzt haben wir lange Zeit eigentlich uns nicht mehr über Corona unterhalten, zumindest nicht mehr so laut und so medial. Allerdings in den letzten Wochen steigen die Zahlen wieder an. Man merkt es auch in den Firmen, bei den Arbeitskollegen immer wieder mal, dass das Fälle aufpoppen. Und auch in der Politik wird schon wieder immer lauter darüber diskutiert, was man jetzt im Herbst noch für Maßnahmen setzt. Die ersten Gerüchte gehen schon rum, dass eine Maskenpflicht zurückkommt, eben weil die Zahlen so stark steigen. Jetzt fangen wir mal damit an. Die Zahlen steigen zwar, aber wie aussagekräftig sind denn momentan tatsächlich offizielle Zahlen? Es wird viel weniger getestet. Es gibt eigentlich eine deutlich andere Datenlage noch, wie das vor einem Jahr war. Also die Zahlen, die wir kennen, das ist sicher die Anzahl der Infizierten. Es wird allerdings noch ziemlich viel mehr geben. Es gibt Schätzungen darüber, dass es drei bis viermal so viele Leute sind, die infiziert sind. Wenn ich in meinem rein persönlichen Bekanntenkreis, und das ist keine Zufallsstichprobe, um mich schaue, da gibt es kaum jemanden, der es nicht schon gehabt hat. Insbesondere auch Leute, die die ganze Zeit sehr, sehr vorsichtig waren. Das heißt, die Testsituation ändert sich jedenfalls von Tag zu Tag nicht sehr. Und insofern kann man, ob es rauf oder runter geht, schon aufgrund der aktuellen Werte beurteilen. Und das sind gestern und heute das erste Mal, wo es gleich geblieben oder dann sogar runtergegangen ist. Genau, das wollen wir uns jetzt vielleicht kurz ansehen. Sie haben da unsere Grafik vorbereitet, jetzt haben wir sie eingeblendet. Eben, wir haben also so ab Anfang September doch einen sehr, sehr signifikanten Anstieg bei den Infektionen gesehen oder bei der Inzidenz gesehen. Bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Und jetzt aber Anfang Oktober haben wir einen kleinen Knick nach unten drin. Ja, es dreht jetzt um, scheinbar. Und da darf ich mir gleich noch eine semipolitische Anmerkung erlauben. Sehr gerne. Jetzt, wenn es endlich runter geht vielleicht, die Maskenpflicht zu beginnen, ist mit Verlaub nicht superintelligent. Maskenpflicht sollte man dann einführen, wenn die Zahlen beginnen, kräftig zu steigen. Es ist natürlich immer noch besser, jetzt Maskenpflicht zu machen als keine. Aber es wäre klüger gewesen, das deutlich früher zu machen. Dann wäre der Gipfel vielleicht nicht so hoch geworden. Und der Beginn des Anstiegs der Kurve ist meiner Meinung nach auch kein zufälliger Zeitpunkt, sondern es ist ungefähr dort, wo die Schulen begonnen haben. Mhm. Mhm. Vielen Dank.